Hallo, ich bin die Sabine und das ist die Sana. Wir sind heute zusammen, haben uns erst kennengelernt, auf der Herbstwanderung von Tino gewesen. Am Anfang hat sie noch ein bisschen Angst gehabt, mittlerweile ist es schon zu traulicher. Und die Sana sucht einen zu Hause und ich habe schon gesagt, sprechen die denn Deutsch in Rumänien? Weil Sitz hat sie sofort verstanden, kann sie schon machen und versteht es auch. Und jetzt ist sie vielleicht ein bisschen erschöpft, aber eine ganz, ganz Liebe. Und ich hätte mir zu fast selber gerne leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.